Timo ist ein klasse Torwart und hat gestern bei zwei Aktionen, glaube ich, nicht ganz so gut ausgesehen. Das ist aber Dinge, der hat uns so auf dem Spiel gehalten, das werden wir ihm alle verzeihen. Und wir wissen, dass der Team uns auch einige Punkte holen wird, auch jetzt noch in der Rückrunde. Also das sind ja Dinge, die ja an individuelle Fehler, die wir gemacht haben. Das hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt hoch oder tief gestanden haben. Sondern es waren einfach individuelle Fehler, die wir gemacht haben und die nichts mit der Art und Weise zu tun haben. Welches Spiel ist in der ersten Liga leicht? Also genau diese Dinge bin ich damals gefragt worden vor Hamburg, bin ich gefragt worden vor Wolfsburg, vor Leipzig. Es gibt keine leichten Spieler in der ersten Liga. Und so gehen wir die Sache auch an. Also wenn du 18. bist, bist du halt in keinem Spielfavorit.